Da haben wir es jetzt auch. Wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem Monatsupdate der Max-Otto-Fonds für den Februar 2024 und auch schon ein kleiner Ausblick in den März 2024. Wir starten wie immer mit unserer Disclaimer-Runde, die Sie sich dann natürlich in einer einsamen Sekunde dann gerne mal in Ruhe durchlesen können und wo wir natürlich auf die üblichen Risiken im Finanzmarkt hinweisen. Der Hinweis nochmal in eigener Sache. Wir hatten es im letzten Webinar auch angesprochen. Es gibt immer wieder mal Betrugsmaschen, auch unter dem Namen von Prof. Dr. Max Otte. Da der Hinweis einfach nochmal ganz kurz. Wenn es direkte Krypto-Investments sind, dann ist es ganz sicherlich nicht Max Otte, sondern wir investieren nur in Qualitätsaktien und physische Edelmetalle und wenn es dann sein muss, auch mal in Anleihen. Grundsätzlich bieten wir auch kein kurzfristiges Trading an, sondern es geht immer um langfristiges Value-Investment und an der dritten These noch, unsere Fondanteile sind nicht direkt zu erwerben. Das heißt, wenn Sie irgendeine Partei oder eine Person anschreiben und sagt, Sie können die Fondanteile direkt von mir kaufen, dann können Sie davon ausgehen, das wird auf jeden Fall nicht Prof. Dr. Max Otte sein, sondern der Fongerwerb erfolgt immer nur über Ihre Depotbank. Rechts im Bild nochmal, wie so eine Scam-Seite, eine Betrugsseite bei Facebook aussehen kann. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Da wollen wir, wie gesagt, einfach nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit schärfen, was das Thema angeht. Ja, starten wir direkt in Medias Res. Was sind die Neuigkeiten seit dem letzten Webinar jetzt nicht nur im Februar, sondern eben auch in den ersten Wochen des März? Wir haben gesehen, die FED hält erstmal die Füße still. Der Leitzins bleibt bei 5,25 Prozent. Auch wir bleiben bei unserer Erwartung für das angebrochene Jahr, dass wir in zwei oder wahrscheinlich auch eher drei Zinsschritten eine Senkung spätestens ab dem dritten Quartal sehen werden. Und unsere Erwartung ist, dass es bis Ende 2024 durchaus einen FED-Leitzins eher im Bereich 4,6 Prozent geben wird. Ja, wir haben auch eine andere Richtung gesehen. Die Schweizer Nationalbank hat ihre Zinsen gesenkt und zwar um 25 Basispunkte. Das hat es schon etwas länger nicht mehr gegeben. Ein Grund ist sicherlich auch, um den in letzter Zeit sehr starken Franken etwas zu schwächen und dadurch die Währung an sich natürlich ein bisschen mehr konkurrenzfähiger zu machen. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass der Franken gegenüber anderen Währungen auch etwas abgewertet hat, was auf der anderen Seite bei unserer Performance im Max Otto Multiple Opportunities in Franken sich wiederum positiv ausgewirkt hat. Ja, noch etwas Wildes ist passiert. Nach 17 Jahren. Japan beendet die Zeit der Negativzinsen, was ja wirklich eine ganz, ganz besondere Nachricht ist. Es gibt jetzt keine Negativzinsen mehr in Japan und ganz, ganz wichtig, das YCC-Programm wurde eingestellt. Das heißt, die Preisbindung oder Preisvorgaben für Staatsanleihen ist aufgekündigt worden und das ist auch ein wichtiger und elementarer Schritt, der da jetzt vollzogen wurde in Japan. Und wir sehen hier auch ganz interessant, obwohl die Schweiz und auch Japan große Volkswirtschaften sind und relevante Volkswirtschaften sind, dass wir hier negative Entwicklungen haben. Auf der einen Seite werden Zinsen erhöht, auf der anderen Seite werden Zinsen gesenkt und dann sehen wir die EZB und FED, die die Zinsen konstant halten. Also es scheint noch aktuell kein eigener oder kein übergreifender Tenor gefunden zu sein, was die Nationalbanken denn jetzt wirklich machen wollen. Die Inflation ist weiterhin auch ein Thema. In den USA ist sie jetzt nochmal etwas gestiegen. Wir sind hier bei etwa 3,1 Prozent. In Deutschland ist sie etwas niedriger. Allerdings natürlich auch von dem höheren Niveau, als das in den USA der Fall war. Und das Thema ist weiterhin präsent, weshalb auch die FED und auch die EZB aktuell noch nicht die Zinsen senken. Aber perspektivisch, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr auf jeden Fall der Fall sein wird. Rohstoffe, Thema Rohstoffe, das wird auch für unser nächstes Webinar nochmal ein Fokusthema sein. Wie gesagt, am 10. April laden wir Sie auch gerne herzlich wieder um 19 Uhr ein. Und da wird es auch vermehrt nochmal um das Thema Rohstoffe gehen. Gold erreicht ein neues Rekordhoch, wirklich ein Allzeithoch, bei 2.200 Dollar die Unze. Wenn Sie da mal zurückschauen, ins Jahr 2000, da konnten Sie eine Unze Gold noch für einen zweistelligen Dollarbetrag kaufen. Also das waren schon verrückte Preissteigerungen, die es jetzt gegeben hat. Und auch wir gehen davon aus, dass das Ende der Fahnenstange da noch nicht erreicht ist. Auch der Preis für Rohöl für die Sorte WTI aus den USA hat auch wieder angezogen. Wir hatten zuerst ein Preisniveau eher so im Bereich 70, 71, 72 Dollar. Mittlerweile wieder 10 Dollar draufgeschlagen. Wir haben es zwischendurch auch an den Tankstellen gesehen. Der Sprit ist auch wieder was teurer geworden. Und auch da denken wir, dass das Preisniveau, das wir aktuell haben, auf sicherlich kurz- und mittelfristig nicht signifikant absinken wird, sondern eher wahrscheinlich noch etwas ansteigen wird. Ja, und noch ein Thema aus der Politik. Donald Trump hat den Super Tuesday gewonnen. Man kann jetzt fest davon ausgehen, dass er Kandidat der Republikaner werden wird. Auch das wird sicherlich noch ein Thema sein, was die Kapitalmärkte auch bewegen wird. In einem Wahlkampfjahr sagt man ja immer so schön, dass die Börsen immer weiter steigen. Es gibt keine Verluste. Und auch das ist sicherlich dann trotzdem ein Thema, was auch für uns natürlich im Investmentbereich mit reingeht. Schauen wir auf die Performance. Die war jetzt im Februar durchwachsen. Wir haben sehr, sehr gute Performance gesehen vom IAB Strategy Fund, der um 5,8 Prozent zulegen kann. Das war natürlich sehr erfreulich. Da wird der Florian sicherlich gleich gerne noch mal freudig drüber sprechen. Wir haben Max Otte Multiple in Euro ein leichtes Minus gehabt von minus 0,34 Prozent. In Franken konnte er um 2 Prozent zulegen. Das lag dann auch an der Abwertung des Franken gegenüber anderen Währungen. Und der PI Vermögensbildungsfonds, der hat auch leicht um 1 Prozent verloren. Damit konnten wir uns leider nicht gegenüber dem Markt durchsetzen. Die Indizes haben mit Ausnahme vom Stocks Europe 600 deutlich besser performt in diesem kurzfristigen Zeitraum. Gehört für uns zum Investieren dazu. Deshalb haben wir auch schon mal einen kleinen Ausblick gewagt, wie es denn jetzt im März ist. Das ist jetzt zum Stand 22.03. Und da sehen wir dann auch, dass wir erfreulicherweise auch schon wieder in die andere Richtung unterwegs sind. Der Max Otte Multiple konnte 4 beziehungsweise 6 Prozent zulegen. In Franken oder in Euro der PI Vermögensbildungsfonds 3,8 Prozent. Und der IAB Strategy Fund hat weiter sehr schön zugelegt und konnte noch mal einen draufsetzen mit einer ähnlichen Performance auch im März jetzt noch mal. Und Sie sehen ja auch die Vergleichswerte. Diesmal konnten wir uns dann auch wieder von den Indizes absetzen im März. Und auf Jahressicht jetzt auch wiederum Stand 22.03., also letzten Freitag. Wenn Sie uns gerade live schauen, ist es auch so, dass wir in Euro zumindest 8 Prozent zulegen konnten. In Momo, in Franken sind es sogar 13,6. Im PI Vermögensbildungsfonds 6,3. Und der IAB Strategy Fund hat fast 15 Prozent geschafft im ersten Quartal. Ja, sehr, sehr solides Ergebnis. Und wir können uns auch, was die Indizes angeht, zumindest, ja, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und wir haben im März auf jeden Fall auch wieder angesetzt, ja, nicht nur aufzuholen, sondern auch zu überholen. Ja, wie wollen wir das machen? Wir hatten wenige Transaktionen nur. Wir haben bei Equinor Nestle im Max Otte Multiple noch mal etwas nachgekauft und unsere Einstiege vergünstigt. Zu Nestle werde ich gleich auch noch mal später kommen. Dann haben wir noch Coca-Cola aufgenommen. Das im Endeffekt als, ja, neuer Stabilitätsanker und natürlich einfach Cashflow fürs Fonddepot. Wir haben einen Dividendenaristokraten, der seit über 60 Jahren die Dividende am Stück angehoben hat. Und davon wollen wir perspektivisch natürlich weiter profitieren. Und wir genießen natürlich auch das Stück Stabilität, weil es im Konsumentenbereich einfach ist. Es wird immer nachgefragt, wenn nicht gerade wegen Corona wieder alles zugemacht wird. Ja, ein paar Investmentbeispiele. Wir haben CTS Eventim aufgenommen, auch schon vor etwas längerer Zeit im Max Otte Multiple. Die konnten im Februar um 15,7 Prozent zulegen. Grund waren sehr überzeugende Zahlen. Und ja, wieso haben wir sie aufgenommen? Es ist der führende Anbieter in der Eventbranche, nimmt an der gesamten Wertschöpfung teil. Eventim verkauft natürlich Tickets. Eventim betreibt Veranstaltungsorte, wie zum Beispiel die Lanxys Arena hier in Köln oder die Waldbühne in Berlin. Und es ist dann auch im Veranstaltungsmanagement tätig. Also Eventim organisiert die Veranstaltungen auch. Wir haben über die Jahre stabile Margen gesehen. Und selbst nach dem Corona-Schock konnte sich Eventim wieder stark erholen. Die Nachfrage hat wieder zugelegt. Die Menschen wollen natürlich aus ihren Häusern raus und wollen dann natürlich wieder was erleben. Und ja, große Events, wie jetzt die Reihe von Taylor Swift. Und ich glaube, dieses Jahr möchte Beyoncé auf große Tour gehen. Und das sorgt dann natürlich wieder für volle Stadien, für hohe Ticketverkäufe zu hohen Preisen. Und da kann Eventim immer die Hand aufhalten. Wie gesagt, hier haben wir es aufgenommen mit Momo. Die sind jetzt seit Kauf 20 Prozent im Plus und werden auch weiterhin dabei bleiben. Ein Unternehmen, das im Februar etwas enttäuscht hat, das war Alpha Metallurgical. Die haben 5 Prozent nachgegeben, nachdem sie dann aber auch schon im Januar deutlich korrigiert hatten. Und auch im März hat die Korrektur noch etwas fortgesetzt. Das hatte im Endeffekt drei große Gründe. Erstens, die Aktie war auch schon etwas heiß gelaufen. Sie sehen ja hier den kurzfristigen Chartverlauf, wie er wirklich so ein Spike nach oben geht. Und das hat dann dazu geführt, dass es dann auch den Bedarf nach Gewinnmitnahmen einfach gab. Insbesondere nachdem die Quartalszahlen gemeldet wurden, also für das vierte Quartal 23, da ist der Kurs erstmal kurzfristig wirklich nach oben geschossen. Und dann begannen die Abverkäufe und dann ging der Kurs natürlich entsprechend nochmal nach runter. Auch wenn die Zahlen an sich fundamental in Ordnung waren, es handelt sich in erster Linie einfach um Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig wurde die Aktie aber auch wegen einer Insider-Information abgestraft, kann man sagen in diesem Fall. Es hatten mehrere Insider, die zum höheren Management gehört, haben sich von Teilen getrennt. Das wird vom Markt immer gerne mal als Negativzeichen gewertet, dass man nicht mehr an die Aktie glaubt. Es kann durchaus sein, dass natürlich das Management, das sind auch nur Menschen, dass sie da an der Stelle auch Gewinne mitnehmen möchten. Es kann aber auch natürlich einfach sein, vielleicht möchte sich nur jemand einfach ein neues Ferienhaus kaufen und braucht entsprechende Liquidität. Also es können verschiedene Gründe sein. Ein weiterer Grund, der noch dazu kam, das war der Rohstoffpreis. Also der Preis für die Kokskohle hat im März um etwa 10% nachgegeben und dementsprechend ist auch Alpha Metallurgical dem natürlich etwas nachgegangen. Grundsätzlich bleiben wir dabei. Kokskohle bleibt für die Produktion von Stahl unerlässlich. Es gibt keine wirkliche sinnvolle Alternative und deshalb bleiben wir nach unserem Kauf und unserem 30% Plus auch weiter dabei. Ein weiteres Investmentbeispiel Nestlé, was auch im Februar nicht überzeugt hat, wo aber jetzt auch wieder im März eine Erholung angesetzt hat. Nestlé meldete die Quartalszahlen für 2023 bzw. die Gesamtzahlen für das Jahr. Ja, es wurde vom Markt wenig erfreulich wahrgenommen. Grundsätzlich sehen wir da aber eher positive Entwicklungen. Wir hatten jetzt nach fünf Quartalen in Folge, wo die Verkaufsvolumina, wir meinen jetzt nicht den Euro-Umsatz, sondern praktisch die verkauften Stücke an Produkten gesunken waren. Aufgrund der höheren Preise, der Inflation, der Sorgen, dass die Leute einfach weniger konsumiert haben. Haben wir jetzt im vierten Quartal 2023 gesehen, dass da wieder ein Volumenwachstum war. Grundsätzlich hat auch der Umsatz zugelegt um 7,2%. Allerdings durch den im letzten Jahr noch sehr starken Franken ist es real um minus 1,5% gesunken. Das war jetzt sicherlich auch ein Grund, dass die Schweizer Nationalbank den Zins etwas gesenkt hat, um den Franken wieder ein Ticken weniger attraktiv zu machen für fremde Investoren. Die operative Marge ist gestiegen auf 17,3%. Das ist ein sehr guter Wert, auch mit Blick auf die vergangenen Jahre. Die Dividende wurde erhöht auf 3 Franken je Aktie um 3,4%. Und es gibt weiter die soliden Wachstumstreiber mit Tierfutter und Kaffee, die sehr gute Margen einfach bieten, weil gerade Tierhalter dazu bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Und bei Kaffee ist einfach die Marge sehr hoch, die Verkaufspreise sind sehr hoch. Wenn Sie mal in einen Kaffee gegangen sind und einen 4-Euro-Cappuccino getrunken haben, dann wissen Sie, was ich meine. Deshalb bleiben wir auch hier dabei, weil wir denken, dass durch die etwas nachlassende Inflation auch die Konsumlaune wieder steigen wird. Dann nochmal ein kleiner Blick zu Berkshire Hathaway. Wir wollen hier nochmal einen kleinen Überblick geben, wie wir die Aktie bewerten, beziehungsweise welche Bewertungspfeiler es gibt. Das ist natürlich einmal das bekannte Aktienportfolio mit der großen Apple-Position. Grundsätzlich ist das Portfolio sehr konzentriert. Die Top-5-Positionen machen 80% des Gesamtaktienportfolios aus. Davon ist dann Apple wiederum die größte. Und Buffett verfolgt in erster Linie eine Buy-and-Hold-Strategie. Was wir allerdings auch haben, das ist einfach das operative Geschäft. Das heißt, die ganzen 60 Gesellschaften, die dazugehören. Unter anderem natürlich der Versicherungskonzern Geico, viele Infrastrukturunternehmen. Und diese erzeugen natürlich auch einen operativen Cashflow und auch nochmal einen Wert. Fokus sind hier Versicherungen, Infrastruktur und Handel. Und diese operativen Cashflows, gerade aus dem Versicherungsgeschäft, die kann Buffett dann wiederum auch nutzen, um vielleicht dem Aktienportfolio zuzulegen. Oder um eventuell bei Occidental Petroleum, vielleicht wird Buffett die auch ganz übernehmen. Man weiß es noch nicht so genau. Aber das sind dann auch Themen. Dann würde Occidental zum Beispiel dann von der Börse verschwinden und würde zu einer operativen Gesellschaft von Berkshire werden. So wie es mehr als 60 andere Unternehmen auch schon geworden sind. Wir haben hier einmal den Aktienchart sowie den inneren Wert, wie wir ihn berechnen. Und zwar eben auf Basis des Aktienportfolios, der vorhandenen Liquidität, sowie eben einen Multiplikator auf das operative Ergebnis. Ich kann an dieser Stelle gerne auch nochmal auf das Webinar von Professor Otte aus dem letzten Jahr verweisen. Die Zahlen haben sich natürlich geändert. Die Methodik ist aber immer noch dasselbe, wie wir den Wert von Berkshire Hathaway berechnen. Und wir sind jetzt ja schon seit Längerem dabei. Wir sind schon 21 eingestiegen, sind seit Kauf 36 Prozent im Plus. Wir hatten vorher auf den alten Jahreszahlen, auf den Zahlen von 2022, hatten wir einen fairen Wert von ca. 610.000 Dollar je A-Aktie errechnet. Diesen Wert hat Buffett im Februar übertroffen. Die Aktie hat 7 Prozent zugelegt und hat dann auch diesen Wert von über 610.000 Dollar je Aktie überschritten. Wir haben jetzt eine Neubewertung vorgenommen. Die liegt bei ca. 700.000 US-Dollar und wir sehen dann weiter immer noch eine Upside von 10-11 Prozent. Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin dabei. Es ist für uns auch ein Krisen-Hedge und ein Stabilisator fürs Portfolio. Selbst wenn dann Blut auf der Straße fließt, dann ist Buffett einer der ganz, ganz Großen, die wissen, wo sie einfach gute Deals machen können. Und durch ihre Position und durch ihre Macht und ihre Bekanntheit ist es auch so, dass Buffett einfach nochmal viel bessere Deals machen kann, als wir das jetzt als reine Fond-Investoren. Also wir können eine Aktie sehen, wir sehen, die ist günstig und wir kaufen sie. Und Buffett ist dann auch in der Lage, für sich nochmal bessere Optionen auszuhandeln mit der Firma, eben aufgrund seiner Historie, aufgrund seines Standings, das er einfach hat. Ja, damit ist mein Rückblick erstmal beendet für die Max-Otto-Fonds und ich übergebe gerne an Florian und einen sehr erfreulichen Rückblick auf den IAB Strategy Fund. Ja, danke lieber Pascal für die tollen Insights. Insbesondere die Berechnungsmethode von Berkshire ist sicherlich interessant. Also da kann ich auch nochmal aufs Webinar verweisen, finde ich gut. Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Inhalte des Fonds IAB Strategy Fund, den ich mit meinem kleinen Team verantworte, schauen. Und ich will ganz offen zu Ihnen sein, wir haben recht wenig gemacht. Wir sind natürlich selbst auch am Überlegen, wo können wir jetzt noch investieren, wo fehlt noch was, wo sind wir vielleicht sogar überinvestiert. Und all diese Dinge, das ist die Aufgabe, die tägliche Aufgabe des Fonds Managers und sind im Wesentlichen dazu gekommen, dass wir super gut aufgestellt sind. Das soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern das ist natürlich dann das Ergebnis der Arbeit. Und haben uns dann im Februar auch dazu entschlossen, Carl Zeiss zu verkaufen, nachdem sie eben in kurzer Zeit 30% zugelegt haben. Und das will ich aber ganz klar richtig kommuniziert wissen, denn das ist keine Entscheidung gegen Carl Zeiss. Also wir sind nach wie vor inhaltlich von Carl Zeiss überzeugt. Und es war aber eine kleine Position im Fonds und haben die entsprechend in andere Titel umgeschichtet, die noch bessere Ergebnisse in dem Zeitraum dann auch nochmal erwirtschaftet haben. Also wir haben ja im Februar verkauft, jetzt ist es fast Ende März. Und Sie sehen es ja auch an den Ergebnissen, wir haben da super gut und super solide performt. Ich will Ihnen da auch mal einen Überblick geben, was hat denn da eigentlich bei uns so gut funktioniert. Und das liegt auf der einen Seite daran, dass wir auch sehr konzentriert in den Positionen drin sind. Und diese hochkonzentrierten Positionen dann super gut funktioniert haben. Also mit der Nummer 1, die wir dargelegt haben, auch schon vor mehreren Wochen, ist die Coinbase-Aktie, die sich jetzt in kurzer Zeit verdoppelt hat. Auch hier will ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, das ist kein Investment pro Bitcoin oder gegen Bitcoin. Sondern es ist einfach so, in einer Manie, in einer Hoss müssen Sie immer, also auch damals, als dieser Rohstoffzyklus beim Gold losging, sind nicht diejenigen reich geworden, die Gold gegraben haben, sondern die Schaufelverkäufer, das sind diejenigen, die reich geworden sind. Ich habe beim letzten Ausblick, ich glaube, mindestens 15 bis 20 Minuten darauf verwendet, um diese Position zu erklären. Das ist kein Trading, was wir hier veranstalten, sondern das ist simple Logik, die wir da verfolgen. Und die hat sich einfach extrem gut ausgezahlt. Wir stehen da nach wie vor dahinter und hat sich auch super gut entwickelt. Gleiches auch zu Louis Vuitton, ist auch einer unserer größten Positionen. Und da war es eigentlich offensichtlich, dass dieser Abverkauf, der da letztes Jahr schon stattgefunden hat, den ihr auch hier in euren Forst genutzt habt, der war zu heftig. Das war viel zu krass, der da stattgefunden hat. Da hat er quasi die Welt so getan, als ob Louis Vuitton keine Taschen mehr verkauft. Gegenteiliges war der Fall. Der Inhaber natürlich hat weiterhin selbst eigene Aktien gekauft. Das ist ein schlauer Mann, einer der reichsten Menschen der Welt. Der wechselt sich da immer ab mit Buffett und mit anderen. Aber Louis Vuitton operativ, die hatten jetzt auch wieder Zahlen gebracht. Hervorragend. Die Margen, hervorragend. Also quasi als ob nichts gewesen wäre. Die marschieren einfach weiter. Logisch, dass die Aktie dann auch wieder zurückkommt. Also zurück auf ihre Stände, wo sie schon waren. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da geht es weiter. Wir hatten ja da jetzt auch im letzten Webinar darüber berichtet, dass in China darüber nachgedacht wird, die Zinsen noch weiter zu lockern. Da wird überlegt, wie kann man die Konjunktur stützen, was kann man da tun. Und wenn die Chinesen wieder als Konsumenten zurückkommen, was wir schon sehen, dann wird da die Nachfrage noch viel mehr anziehen. In der Zwischenzeit gibt es aber andere Regionen in der Welt, wo weiterhin sehr stark konsumiert wird. Also in den USA beispielsweise ist dem Konsum kein Anhalten anzusehen. Und gleichzeitig auch natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate. Da ist es quasi Usus, solche Sachen zu nutzen. Luxus wird da groß geschrieben. Und das sehen Sie auch in der dritten Position, die ich hier in Position 3 geschrieben habe. Das ist Ferrari. Die Italiener, ich hatte das selbst völlig, also jahrelang habe ich dieses Investment falsch beurteilt. Das will ich ganz offen zu Ihnen sagen. Ich hatte immer gedacht, das ist ein Autobauer. Das ist aber völlig falsch. Mensch, die verkaufen keine Autos, die verkaufen Luxus, die verkaufen Einzigartigkeit. Also wenn Sie heute als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, zu einem Ferrari-Händler hingehen wollen und sagen, Sie wollen ein Auto kaufen, das geht nicht so einfach. Diese Autos werden nicht verkauft, die werden zugeteilt. Und da werden Sie auch nur fragen nach einem Rabatt, da wird Ihnen sofort die Tür aufgehalten, dass Sie gerne wieder gehen dürfen. Also drüben auf der anderen Seite, Straßenseite, jetzt übertreibe ich ein bisschen, da ist Fiat, da können Sie gerne nachfragen. Hier ist Ferrari, da sind Sie falsch. Da gibt es keine Rabatte. Und das wird sich eben langfristig dann in der Performance sichtbar machen. Auch bei Ferrari sind wir super gut unterwegs. Und genauso sind wir es auch bei Monster. Monster Beverage ist ja neben Coca-Cola und Pepsi eines der Unternehmen, die Zuckerbrause verkaufen wie keine zweite. Da gibt es ja noch jemanden, das ist der Red Bull, die allerdings nicht börsengelistet sind. Und bei Monster ist es so, die haben jetzt auch den Deckel rausgenommen sozusagen. Da war es jetzt so, dass die Aktie immer wieder mal gegen den Widerstand oben angelaufen ist und immer wieder versucht hat, darüber rauszukommen. Hat es nicht geschafft, wieder zurückgekommen. Da sind wir jetzt darüber hinaus und wir erwarten noch deutliche Zunahme bei Monster. Genau wie wir es auch bei AdWords Live Science sehen. Das ist jetzt die fünfte Aktie, die auch gut gewichtet ist und auch sehr gut sich entwickelt hat. AdWords macht ja diese Herzklappen. Das ist ein Thema, das brauchen wir letztendlich. Und vor allem ist es so, wenn Sie es brauchen, dann fragen Sie auch nicht nach einem Rabatt nach. Da fragen Sie auch nicht, ich überlege mir das nochmal. Sondern das ist dann schon etwas, das braucht man dann. Es ist auch ein preisunsensibles Produkt sozusagen. Sicherlich haben die ihre Vorgaben durch Krankenkassen und dergleichen. Aber es ist lebensnotwendig und deswegen wird es in Zukunft noch mehr Nachfrage haben. Und deswegen merken Sie jetzt auch, wie ich zu meiner Einschätzung komme, dass dieser Fonds, wenn er als Fonds bewertet werden kann, völlig unterbewertet ist. Also diese Entwicklung, die wird sich über die nächsten Monate und Jahre hinweg einfach weiterentwickeln, weil wir diese Unternehmen so ausgewählt haben, wie wir sie ausgewählt haben. Das ist einfach das richtige Investment. Und wir haben jetzt hier einfach, das ist von unserer Fondsmanagement-Plattform, die Daten, das ist von 25.03. Heute ist der 26.03. Genau, das geht einfach weiter. Natürlich unter größten Schwankungen und es werden auch wieder Rücksetzer kommen. Aber wenn Sie glauben, dass es in Zukunft keinen Luxus mehr gibt in China, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass keiner mehr Luxus-Brause-Limonade kauft von Monster, dass wir Herzklappen nicht mehr brauchen, dass vielleicht auch von heute auf morgen dieses Thema Kryptowährungen vorbei sein könnte, jetzt, wo ja dieser ETF gelauncht wurde und wo auch Vermögensverwalter dazu gezwungen werden, in Kryptowährungen zu investieren. Das muss man also verstehen. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt von Bitcoin überzeugt ist oder nicht. Ich kenne Fondsmanager, ich kenne Kollegen, die sind von Bitcoin nicht überzeugt. Die wollen das Investment nicht. Sie müssen es jetzt aber aufgrund der Statuten aufnehmen. So weit geht es. Und wenn man diese Mechanik verstanden hat und dann überlegt, wie können denn große Gesellschaften überhaupt in solche Anlageklassen rein investieren, dann kommt man zu dem Schluss, dass es sehr, sehr wenig Alternativen gibt, die sicher und seriös sind. Und da ist es logisch, dass diese Aktie immer noch dramatisch unterbewertet ist. Sie ist jetzt kurzfristig heiß gelaufen. Das will ich auch ganz klar sagen. Coinbase kann man auch vorstellen, dass es da mal zu Rücksetzern kommt, die uns keine Panik verursachen lassen. Und so kommen wir letztendlich zu diesem logischen Ergebnis, das aber immer noch nicht das widerspiegelt, was wir von unseren Unternehmen in unserem Fonds erwarten. Das will ich ganz offen sagen. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, die ja uns so ein bisschen abhebt von anderen Fonds auch. Denn wir sind also kein Fonds, der die Aktien einfach hält, sondern wir wollen dann auch zusätzliche noch Mieteinnahmen vereinnahmen. Da sehen Sie, dass wir also auch bisher schon über knapp 30.000 Euro, wir haben es jetzt nicht auf den Cent genau ausgerechnet, ändert sich natürlich auch ständig an zusätzlichen Einnahmen durch die Vermietung unserer Aktien, die wir in unserem Fonds halten, generieren konnten. Das natürlich Ihnen als Investorinnen und Investoren zugutekommt. Und Sie sehen selbst, davon kann man nicht in kurzer Zeit reich werden. Dafür ist es nicht gedacht. Aber stellen Sie sich mal vor, dass wir das einfach kontinuierlich von Monat zu Monat weitermachen. Die Zahlen werden sich einfach immer weiter erhöhen und wird auch für mögliche Rücksätze uns tolle Möglichkeiten geben, um da immer wieder weiter zu investieren und weiter zu investieren. Das ist der Grund, warum wir von dem, was wir machen, so überzeugt sind. Und sind damit dann letztendlich auch schon am Ende dessen, wollen Sie dann nochmal auf drei Dinge hinweisen. Nämlich das Erste ist, wir haben für Sie einen unabhängigen Vermögenscheck ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, dass Sie mit einem unserer Kollegen mal quasi auf Du und Du Ihre bisherigen Anlagen überprüfen können. Denn oftmals ist es so, man investiert in eine Anlageklasse, die entwickelt sich und entwickelt sich und irgendwann hat man von dieser Anlageklasse zu viel und andere werden gar nicht mehr so richtig beachtet. Und da könnte man dann durch kluge Verteilung nochmal mehr Stabilität ins gesamte Vermögen reinbringen. Das ist die Idee, dass man da sich quasi von einem Experten eine zweite oder dritte Meinung holt. Da auch gerne den Hinweis hier auf den Link, den können wir jetzt gerne auch mal in den Chat hineingeben. Ja, genau. Das machen wir gleich mal für Sie. Das ist der eine Hinweis, den wir für Sie haben. Das zweite, was Sie hier jetzt auch sehen, ist unser Kapitaltag, der jetzt am 19.04. in Hannover stattfinden wird. Und da haben wir uns wirklich, wirklich Mühe gegeben, die Top-Referenten im deutschsprachigen Raum für Sie auf die Bühne zu bringen. Professor Otte natürlich, Dr. Markus Krall, Stefan Homburg, Professor Homburg, Dr. Horstmann. Und natürlich werden wir auch einen Beitrag bringen und andere noch. Also Sie werden sehen, dass Sie da einfach einen Blick aufs Ganze bekommen. Also da werden wir alle Anlageklassen besprechen. Und wir werden auch über die geopolitische Lage sprechen müssen. Das wird ein kleiner Teilrandbereich sein, weil sie einfach auf die Wirtschaft hierzulande großen Einfluss hat. Das muss man sehen. Und wir gehen eben davon aus, dass es auch noch zu weiteren Veränderungen weltweit kommen kann. Von daher, wer sich darauf vorbereiten möchte, herzliche Einladung auf kapitaltag.de, eine der letzten verbliebenen Tickets sich zu sichern. Ich will klar dazu sagen, wir haben da nur noch eine Handvoll restlicher Tickets. Und jetzt bitte, wen das interessiert, schnell sein. Und dann last but not least eben auch nochmal der Hinweis, unseren Kollegen Schäferhoff, Philipp Schäferhoff zu kontaktieren. Denn auch hier ist es eben so, dass man sich da einfach nochmal eine zweite Meinung, eine dritte Meinung einholen kann, sich auch nochmal beraten lassen kann. Was ist denn jetzt das richtige Investment für mich? Soll man das gegebenenfalls auch aufteilen? Wir selbst haben ja auch verschiedene Fonds im gesamten Max-Otte-Fonds-Universum. Soll es dann doch lieber die Franken-Tranche des Max-Otte-Multiple sein? Nimmt man einen kleinen Teil in IAB-Strategy-Fund rein? Wie soll es sein? Da ist eben der Herr Schäferhoff der Ansprechpartner wie kein Zweiter. Und würde hier jetzt dann an der Stelle schon in die Fragen reingehen. Was meinst du? Absolut. Ja, sehr gerne. Wir lesen alle Fragen vor und beantworten die dann Stück für Stück. Von daher geben Sie uns ein bisschen Zeit. Genau. Ich würde sagen, du beginnst. Ja, wunderbar. Erste Frage. Snowflake wurde in der letzten Privatinvestor-Jahresausgabe kurz erwähnt. Könnten Sie etwas kurz zur Aktie sagen? Investmentqualität, Wettbewerbssituationen, Wachstumsaussichten etc.? Grundsätzlich, wir weisen immer wieder ganz gerne darauf hin, also der Privatinvestor, also der Börsenbrief und das Fondsgeschäft sind zwar Geschäfte, die Synergien nutzen, aber es sind doch unterschiedliche Geschäfte. Und wir sind jetzt zum Beispiel vom Fondsgeschäft aus nicht in Snowflake investiert, sondern wir sehen den KI-Bereich auch eher so Richtung Schaufelbereich. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele Anbieter, die jetzt da unterwegs sind. Es gibt UiPath, es gibt Palantir, natürlich gibt es OpenAI und es gibt ganz, ganz viele, die jetzt da in dem Bereich unterwegs sind und die neue Software haben. Und da das für uns, auch technisch, muss man ganz offen sagen, also wir sind natürlich, wir sind keine Computer Scientists, sondern wir wollen Potenziale abschöpfen eben auf Basis von Fundamentaldaten. Und da schauen wir uns dann lieber eher die an, die jetzt schon entsprechende Fundamentaldaten liefern. Und was wir einfach sehen, anstatt uns vielleicht jetzt auf irgend das Next Big Thing zu konzentrieren, schauen wir uns eher die Unternehmen an, die einfach schon eine entsprechende solide Performance gezeigt haben, wie beispielsweise Microsoft, wie beispielsweise Alphabet und die aber trotzdem auch in diesem Bereich KI tätig sind. Deshalb das jetzt zu dieser speziellen Aktie. Und wie sehen Sie aktuell Pan American Silver? Grundsätzlich, der Silberpreis hat jetzt wieder angezogen in letzter Zeit. Wir halten die Position in unseren Fonds nicht, das als offener Disclaimer, sondern wir sind aktuell in Newmont und oder Barrick Gold investiert und werden in den Unternehmen auch weiter investiert bleiben. Pan American Silver ist für uns jetzt aktuell kein Thema, auch weil die Entwicklung des Silberpreises ein bisschen hinter den Erwartungen auch zurückgeblieben ist. Das ist einfach in der letzten Zeit. Also es gibt immer wieder mal Schwankungen nach oben und dann normalisiert es sich wieder. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz andere Entwicklung, als wir die jetzt im Goldpreis nehmen. Die nächste Frage nehme dann ich. Was ist der IAB Strategy Fund für ein Fonds und ist der auch von Professor Dr. Otte? Also das ist der einzige Fonds, der nicht federführend von Professor Otte geleitet wird und die Investment-Scheidungen getroffen werden, sondern die Investment-Scheidungen werden von mir getroffen. Das ist ein Fonds, den ich leite. Es ist ein Aktienfonds, der die Spezialität auch noch hat, zusätzliche Einnahmen zu erzielen durch die Vermietung von Aktien. Er hat, wie gesagt, in diesem Jahr schon hervorragend funktioniert, auch letztes Jahr. Der Fall ist erst letztes Jahr an den Start gegangen, deswegen haben wir da noch keine Daten, die wir Ihnen über jahrelange Basis hinweg zeigen können. Dennoch sind wir davon sehr überzeugt. Wir haben auch tolle Zuflüsse, wir haben tolle Ergebnisse. Also, aber nochmal der Hinweis, er ist unter dem Haftungsdach von Professor Dr. Otte und seinem Team aufgelegt. Die Leitung und die Investment-Prozesse, die Investment-Scheidungen treffe ich. Genau. Es gibt noch eine Frage zum Privatinvestor-Portfolio. Auch da möchte ich dann auf die Chefredakteurin des Privatinvestors, Frau Franzisi, verweisen. Da können Sie sich dann gerne nochmal an Sie melden, weil wir die Position nicht im Fonds halten. Ja, Porsche AG wie Ferrari? Also, nein. Das ist für uns ein ganz anderes Investment. Und vor allen Dingen haben die auch nochmal ein Stück weit das Problem, dass sie im falschen Land sind. Aus meiner Sicht. Deutschland tut ja viel dafür, dass sie den ansässigen Unternehmen jetzt keine Brücken bauen, sondern sie eher quasi da nochmal Steine in den Weg legen. Das gilt für die gesamte Automobilbranche. Also, ich kenne da kein Land, das mit seinen Schlüsselindustrien so schlecht umgeht, wie Deutschland das tut. Da leitet Porsche drunter, aber auch andere. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Porsche ein schlechtes Unternehmen ist, aber du hattest ja die Frage gestellt, ist es wie Ferrari? Ferrari, nein, Ferrari verkauft keine Autos, ich wiederhole mich, Ferrari verkauft Luxus auf vier Reifen. Deswegen können die Preise nehmen, die nichts damit zu tun hatten, was ein Auto eigentlich kostet. Denn ein Ferrari, das darf ich Ihnen auch offen sagen, wird in der Herstellung keine 400.000, 500.000 Euro kosten. Der Verkaufspreis liegt aber da. Und da liegt eben die Wertschöpfung drin. Deswegen, Porsche ist für uns nicht interessant, ist in einem Massenmarkt dennoch tätig, obwohl es schon im höheren Preissegment ist, aber hat da ganz andere Voraussetzungen und Gegenwinde als andere. Porsche verdient das Geld ja im Endeffekt auch nicht mit den, ich sage jetzt mal Supersportwagen, mit den GT3 RS und die es gibt, sondern das Geld wird ja mit den Standard-SUVs verdient und insoweit teile ich auf jeden Fall die Annahme. Es ist Teil der deutschen Autohersteller und das macht es einfach schwierig. Wir haben ein paar kurze technische Fragen. Es wird nochmal nach dem Link gefragt. Ich hatte ihn gerade nochmal eingestellt. Jetzt sollten Sie ihn eigentlich sehen können im Chat. Hatten Sie Snowflake im Portfolio? Nein, haben wir aktuell nicht, auch nicht unter Beobachtung. Noch eine organisatorische Frage. Wann ist der Kapitaltag? Am 19. April in Hannover. Genau. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage zu Adobe Serious Power, wenn ich das richtig lese. Und TeamViewer. Also da ist es letztendlich so, wir dürfen ja keine Kaufempfehlungen Ihnen jetzt einfach per se aussprechen und auch keine Verkaufempfehlungen, aber diese Unternehmen haben natürlich einen großen Einflussfaktor, der künstliche Intelligenz heißt. Wir hatten jetzt erst einen mehrtägigen Workshop zum Thema künstliche Intelligenz, hatten da auch über Adobe ganz offen gesprochen. und die haben so den Punkt, wo es darum geht, KI in diese Bildbearbeitung mit einzubauen, etwas verschlafen. Und dieses etwas verschlafen sehen Sie jetzt am Aktienkurs. Das ist das Problem. Es gibt auch eine Reihe von Wettbewerbern, die das Stand jetzt besser machen, zu besseren Preisen. Von daher sehen wir die Aktie gerechtfertigt angeschlagen. Ist jetzt aber dennoch kein schlechtes Unternehmen. Also die haben natürlich nach wie vor ihre hohen Margen und ein Kundenportfolio, das sich vorn schreibt, das dürfen wir ganz klar sagen. Aber was KI da noch alles mit sich bringt, welche neuen Wettbewerber es auf dem Markt noch spült, das bleibt offen. Deswegen ist es für uns jetzt weder ein Kauf noch ein Verkauf. Das muss ich erst noch zeigen. Ähnliches gilt auch. Also TeamViewer habe ich nochmal eine ganz andere Meinung. Denn da bin ich der Meinung, das heißt, so der Winner takes it all. Und das wird sicherlich in dem Bereich höchstwahrscheinlich Microsoft sein. Also da gehen wir wirklich davon aus. Denn TeamViewer hat da so eine Spezialsoftware. Aber wenn Sie da mit Teams unterwegs sind, dann haben Sie das quasi instant, sofort eh auf jeden Rechner, wenn Sie Microsoft nutzen. Microsoft nutzt gefühlt jeder, jetzt übertreibe ich wieder. Aber das wird einfach schwierig, wenn da schon voraus installierte Software da ist und man das eh dann nutzt, weil es im Preis dann auch mehr oder weniger mit enthalten ist. Kann man natürlich immer noch upgraden und das und das und das, das ist klar. Aber wir sind in einer Zeit, einer Ära der Plattformen. Und da wird sich die Plattform Microsoft einfach durchsetzen. Das ist unsere Überzeugung. Deswegen würden wir hier nicht zugreifen. Bitte, wir dürfen keine Kauf- und Verkauf-Empfehlungen aussprechen. Das wollen wir nochmal ganz deutlich sagen. Ja, mit dem letzten Satz greife ich dann auch die nächste Frage auf. Es geht um Sixt und zwar, ob Sixt weiterhin, ob wir es positiv sehen, beziehungsweise, dass wir auch einige Aktien abgestoßen haben. Das ist korrekt. Wir haben uns teilweise von Sixt getrennt. Es gab diverse Berichterstattungen über das Management. Also Erich Sixt ist sicherlich dafür bekannt gewesen, dass er schon mit harter Hand geführt hat. Und seine Söhne müssen das allerdings wohl nochmal intensiviert haben. Man spricht oder man liest über ein schlechtes Betriebsklima. Einige Führungskräfte sind schon gegangen, aus der mittleren Ebene zwei Vorstände gehen. Und aus diesem Grund haben wir unsere Positionen da reduziert. Weil wir sehen, Sixt selber, das Geschäftsmodell, auch die letzten Quartalszahlen waren sehr gut, waren neue Rekordzahlen. Aber wenn das Management in eine falsche Richtung unterwegs ist, dann kann das das Unternehmen deutlich schädigen. Und gerade das Management war für uns in der Vergangenheit immer das große Aushängeschild, das große Plus an Sixt. Und an diesem großen Plus haben wir aktuell aufgrund der jüngsten Entwicklungen leichte Zweifel. Kann auch gerne die nächste Frage nochmal machen. Ja, genau. Ist Apple noch attraktiv? Sind sie dort investiert? Herzlichen Dank im Voraus. Ja, wir sind in Apple indirekt investiert über Berkshire Hathaway. Es ist, wie gesagt, die größte Position dort im Portfolio. Das ist allerdings auch der Grund, weshalb wir die Position nicht mehr in unseren Fonds separat haben. Auch um da ein gewisses Klumpenrisiko nicht zu haben, ganz einfach. Wir sehen natürlich, es gibt Schwierigkeiten im chinesischen Markt. Es gibt Schwierigkeiten bezüglich des Absatzes. Auch, denke ich, die Virtual, also die Brille hat wohl auch nicht so eingeschlagen, wie man sich das bei Apple erhofft hat. Also es gibt sicherlich einige operative Hindernisse aktuell, die das Unternehmen annehmen muss und wo natürlich dann auch sich gebessert werden muss im Zweifel. Auf der anderen Seite ist es aber so, es ist einfach immer noch ein hochqualitatives Unternehmen, eine hochqualitative Aktie mit einem hochqualitativen Produkt und natürlich einer, man kann schon fast sagen, sehr treuen Anhängerschaft und nicht nur Fans der Technik an sich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Indirekt ja, über Berkshire Hathaway haben wir sie im Portfolio. Zum Momo. Wäre es ratsam, die Einzahlung aufzuteilen in den Euro und den Frankenteil? Ich will morgen einzahlen. Das ist eine persönliche Entscheidung, möchte ich da an dieser Stelle sagen. Grundsätzlich auch über verschiedene Währungen zu streuen. Warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Depotbank Sie sind, bei welchem Broker, bei einem deutschen Broker, weiß ich nicht, ob ich die Frankentranche nehmen würde. Sind Sie bei einem Lichtensteiner Broker oder bei einer Lichtensteiner Bank, warum dann nicht aufteilen? Also da vielleicht auch nochmal den Hinweis, wenn Sie da ein bisschen, der Punkt ist der, wir kennen Sie jetzt natürlich nicht, wir kennen auch nicht Ihre Ziele, Ihre Wünsche. Da fällt es uns schwer aus dem Webinar heraus, konkrete Antworten zu geben. Da wirklich der Hinweis zu Herrn Schäferhoff, der nimmt sich da die Zeit und wenn Sie da morgen eben kaufen wollen, dann rufen Sie dann kurz vorher nochmal an. Der nimmt sich die Zeit und dann kriegt er das auch auf einer persönlichen Ebene hin, sodass Sie damit der Antwort zufriedener sein können. Genau. Dann, wie schätzen Sie generell Wasserstoffaktien ein? Sehr schlecht. Also da würden wir ja grundsätzlich die Finger davon lassen, ist für uns keine Technologie, wo wir große Zukunft drin sehen. Im Übrigen auch ist es so, dass es viele Technologien gibt, die eigentlich eher eine Überbrückungstechnologie sind. Und jetzt sind wir beide keine Ingenieure, aber ich glaube schon, dass es eigentlich deutlich sichtbar ist, dass Wasserstoff keine Lösung für unseren Energiehunger sein kann. Womöglich Elektro auch nicht, sondern es könnte womöglich eher sogar eine Technologie sein, die noch gar nicht da ist. Und deswegen sind wir ja auch beispielsweise in Öltitel investiert, weil das einfach noch länger da bleibt, als es den einen oder anderen lieb ist. Ja, also natürlich wäre es schön, wenn wir komplett emissionsfrei das alles hinbekommen, aber die Wahrheit ist, wir werden das weiterhin brauchen. Deswegen wird sich auch Öl weiterhin positiv entwickeln. Deswegen investieren wir in diese Sachen. Wasserstoff, darf ich ganz klar sagen, sehe ich persönlich überhaupt keine Zukunft. Ich sehe das als ganz, ganz große Gefahr. Ich kann Ihnen da leider nichts Positives sagen oder nennen. Es tut mir leid. Ja, sehe ich. Genauso. Wie viel Startkapital kann ich in den MoMo investieren und wie ist die rechtlichste Situation bezüglich des Zugriffes des Staates auf Privatvermögen? Der Fonds ist ja ein Lichtenstein. Wie die Situation des Zugriffs des Staates ist, das entscheidet leider der Staat selber. Das kann heute so sein, das kann über neue Gesetze dann auch anders sein. Grundsätzlich ist es natürlich durchaus sinnvoll, nicht alles jetzt bei irgendeiner deutschen Bank liegen zu haben. Und was auf jeden Fall immer sinnvoll ist, retten Sie Ihr Vermögen in Sondervermögen. Wenn Sie entsprechendes Bargeldvermögen haben auf Ihrem Bankkonto, dann ist das 2.000 bis 100.000 Euro sicher, wenn irgendwas mit der Bank passieren sollte. Ist der Betrag aber darüber, dann ist das Geld im Zweifel weg. Und auf Privatvermögen, auf Cashvermögen hat der Staat natürlich im Zweifel auch einfacher Zugriff als jetzt zum Beispiel auf Sondervermögen. Aber auch da grundsätzlich, ich kenne jetzt Ihre konkrete Situation nicht, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an unseren Kollegen Philipp Schäferhoff über max-otte-fonds.de, können Sie dann da die Kontaktaufnahme suchen. Sagen Sie bitte nochmal was zu AB InBev. Da war, glaube ich, die Frage, ist das jetzt kaufenswert oder doch eher sollte man verkaufen. AB InBev ist ja meines Wissens, glaube ich, der größte Hersteller von Bier. Ich glaube, auch hektomäßig. Zweitgrößen sind dann meines Erachtens nach Heineken. Bier ist halt immer so ein preisintensiver Wettbewerb. Die Rohstoffpreise steigen. Der Bierabsatz, glaube ich, ist bei AB InBev jetzt auch positiv gewesen. Nicht in der Kernmarke mit Budweiser, da hat es ja auch einen Skandal mit so Influencer gegeben. Aber mit anderen Marken, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe, verfolge die Aktien inhaltlich nicht. Langfristig gehe ich davon aus, dass wir weiterhin Bier trinken werden. Von daher kann es gut sein, dass AB InBev sich weiterhin gut entwickelt. Aber diese Einzelaktienberatung sozusagen kann man an der Stelle nicht leisten, sondern würden da eher dann nochmal auf eine breite Verteilung ihres Vermögens hinweisen. Aber da gehe ich davon aus, dass das eh schon so verstanden ist, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier noch, gibt es beim Verleihen der Aktien Risiken? Und wenn ja, werden diese gemanagt? Natürlich, Risiken werden in dem Fonds immer gemanagt, das ist ganz klar. Und Risiken gibt es in diesem Sinne nicht. Also es ist jetzt halt nicht so, dass es da irgendwelche Wertverluste geben könnte oder dass sie da kurzfristig, selbst wenn die Aktie kurzfristig runterfällt, hat es mit dem Vermietungsgeschäft an sich nichts zu tun. Sie können sich das wirklich so vorstellen wie bei einer Immobilie. Also der Wert einer Immobilie, der schwankt. Das sehen wir auch jetzt. Immobilienpreise sind ja über Jahrzehnte fast schon gestiegen, immer nur zu. So, jetzt haben sie mal eine Hoch erreicht oder fallen teilweise auch. Nur die Einnahmen aus Vermietung haben damit in vielen Fällen nichts zu tun. Im Gegenteil, steigen ja sogar noch weiter, obwohl der Wert, der dahinter liegt, hinter dieser Vermietung, also die Immobilie selbst, schon schwanken kann. Und von daher das Vermietungsgeschäft würde ich jetzt an dieser Stelle nicht mit Risiken belegen. Sollte es Risiken haben werden, da können Sie sich darauf verlassen, gemanagt wie jedes andere Risiko auch. Ist eine halbjährige Festgeldanlage zurzeit ratsam? Nein, die ist nicht ratsam. Ganz einfach deswegen, sie sind dann in Papiergeldforderungen letztendlich. Unser Rat ist immer, sich im Sinne des Vermögensaufbau und der Risikoreduzierung an Sachwerte zu orientieren. Da gehören Aktien dazu, da gehören Fonds dazu. Da haben bis vor kurzem auch noch Immobilien dazu gehört. Sehen wir weltweit auch in Ordnung. In Deutschland nur sehr, sehr eingeschränkt. Da gehören aber auch Edelmetalle dazu. Mit einer halbjährigen Festgeldanlage werden Sie keinen sicheren, rentablen Vermögensaufbau oder Vermögensabsicherung hinbekommen. Jetzt gibt es natürlich die Frage, welche Ziele verfolgen Sie damit. Vielleicht kann es ja sein, dass in einem halben Jahr eine Steuer fällig ist. Dann macht sowas schon Sinn. Aber damit können Sie kein Vermögen aufbauen, sondern nur etwas überbrücken, um dann vielleicht eine Forderung zu bezahlen. Das ist die einzige Idee, an die ich denken könnte, um das überhaupt positiv zu bejahen. Ansonsten müssen wir es eigentlich nicht ablehnen. Ja, ich bin seit 2002 in Amazon investiert. Macht es Sinn, Gewinne mal zu realisieren? Das auch wieder ist eine individuelle Situation. Wenn Sie gerade die Liquidität, die Sie dadurch gewinnen würden, nicht brauchen, dann ist die Frage, wieso nicht weiter halten. Wenn Sie eine andere Investition finden, wo Sie das Geld investieren könnten, dann kann man natürlich mal drüber nachdenken. Auch das ist sicherlich ein Thema, wo Sie sich dann auch gerne mal mit dem Herrn Schäff auch noch mal austauschen könnten. Der bringt Ihnen da vielleicht dann auch noch mal eine andere Sichtweise noch mal mit rein. Ganz herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ein schönes, kurzweiliges Webinar. Nehmen wir es so an. Vielen Dank. Danke. Was halten Sie von Intel? Also, Intel ist schon ein interessanter Punkt. Warum? Der Chip-Markt, in dem sich Intel natürlich befindet, der ist auch zyklisch. Es gibt also Zyklen, wo mehr Chips nachgefragt werden und es gibt auch Zyklen, wo es weniger ist. Jetzt kommt aber eine Situation hinzu, die leider wieder politisch ist. Und zwar haben wir einen Chip-Hersteller, das ist Nvidia, der sehr stark von der Produktion in Taiwan abhängig ist. Also, da gibt es ja Taiwan-Semiconductor, die da, und jetzt bitte ich nichts Falsches sagen, um die 50% des Bruttoinlandsproduktes mit allen nachgelagerten Diensten ausmacht. Also, Taiwan ist gleich Taiwan-Semiconductor, das kann man fast so behaupten. So, und da gibt es ja aber auch schon den ausgesprochenen Willen der Chinesen, diese Insel wieder heimzuholen, ins Reich wieder einzugliedern. Das sind ausgesprochene Worte, so oder so ähnlich, ich will nichts Falsches sagen. Und da sind wir extrem vorsichtig. Also, da gibt es natürlich auch, das ist der Grund, warum wir uns auf die westlichen Einflussfaktoren konzentrieren. Die politische Unsicherheit, die ist so hoch, dass wir eben diese möglichen zusätzlichen Erträge, die in anderen Ländern gegeben sein könnten, ja, sprechen wir von Russland, aber auch von China und auch von anderen, die können das gar nicht wettmachen. So, und da zahlt natürlich, um auf Ihre Frage ganz klar einzuzahlen, Intel voll drauf ein. Sie haben jetzt eben in Magdeburg wird das Werk errichtet, ich glaube 2030 soll es an den Start gehen, bitte, ich will nichts Falsches sagen. Dauert auf jeden Fall. Dauert, das ist klar. Die haben auch angefangen jetzt in den Staaten wieder, ich glaube auch in Frankreich gibt es Diskussionen, ein Werk zu bauen. Also, die tun quasi ihre Produktionskapazitäten erhöhen und gibt schon die ersten Gerüchte, dass quasi auch Nvidia dazu gezwungen ist, in Lohnfertigung quasi zu Intel zu gehen, um sich da eben ein Stück weit unabhängiger von Taiwan Semi-Kontakte zu machen. Also, Intel könnte eine interessante Sache sein. Die machen das seit Jahren und Jahrzehnten, die kennen ihr Geschäft. Es wird unter Schwankungen, das ist meine persönliche Meinung, da nach oben gehen. Das ist allerdings meine persönliche Meinung, ich dürfe Ihnen da keine Kaufempfehlung geben, aber Intel finden wir spannender. Wir haben eine etwas kryptische Frage, das steht LLB. Das wird die lichtensteinische Landesbank sein. Wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren vertrauensvoll mit der lichtensteinischen Landesbank zusammen. Sie können auch da als Privatkunde ein Depot eröffnen und den Max Otte Multiple sowie auch den IAB Strategy Fund zeichnen. Auch da kann Ihnen der Philipp Schäfer auch gerne weitere Informationen geben, falls das die Intention dieses Beitrags war. Dann gibt es noch eine Frage zu einer Flex Limited. Kann ich leider nicht mehr zu sagen. Kann ich auch nichts sagen. Kennen wir nicht. Die nächste ist dann, wie sehen Sie die weiteren Chancen bei Equinor? Equinor bleiben wir auf jeden Fall dabei. Wir haben ja auch in letzter Zeit auch immer wieder mal nachgekauft, um unseren Einstieg zu vergünstigen. Equinor ist der letzte große verbliebene europäische Gaslieferant. Und das wird Equinor auch bleiben. Und auch die Reserven in Norwegen sind entsprechend hoch. Die norwegische Regierung, der norwegische Staat, das größte Anteilseigner, hat also auch ein großes Interesse daran, dass es dem Unternehmen gut geht, dass das Unternehmen auch solide Dividenden zahlt. Und wir gehen, wie gesagt, auch weiterhin davon aus, dass die Energiepreise auf einem erhöhten Niveau bleiben werden. Und davon wird mittelfristig auch Equinor weiter profitieren. Genau. Dann hier noch eine Frage. Rechnen Sie für die kommenden Monate mit einer Korrektur oder den Anfang einer Rezession? Also man darf natürlich schon offen zugeben, dass es in den letzten Monaten, also seit 2023, in 2023 ist der S&P um über 20% gestiegen. Jetzt sind wir auch wieder deutlich über 10% vorne im S&P. und eine Korrektur von 5 oder 10% kann ständig passieren. Das kann jederzeit passieren und ist auf dem Niveau auch durchaus möglich. Und je weiter es steigt, umso möglicher wird es. Also ja, sehen wir. Macht uns aber keine Angst, sondern ist für uns dann die Möglichkeit nachzukaufen. Wir haben eine Pipeline an tollen Unternehmen, die ist toll, also das kann ich Ihnen sagen. Und warten da auch geduldig drauf und würden uns eher freuen, wenn es mal ein bisschen korrigiert. Da haben wir keine Angst davor. Einen Crash, eine Rezession sehen wir nicht. Ja, also da muss man natürlich schon sagen, wir haben hier auch eine Glaskugel. Du kannst uns mal ganz kurz ins Bild holen. Wir haben uns nämlich dagegen entschlossen, sie reinzuholen, hol sie mal schnell. Oh Gott, ja. Die ist wirklich auch schwer, unsere Glaskugel. Kleine Glaskugel, die wir gerne nutzen. Die könnten wir jetzt gerne betätigen, dann würden wir die Antwort darauf wissen. Spaß beiseite. Also wenn keine exogenen Schocks kommen, wie zum Beispiel Russland, Ukraine, eskaliert völlig. Weitere, noch tiefergreifendere Probleme im Gase-Streifen oder im Nahen Osten. All das ist außerhalb unseres Einflussfaktors natürlich. Das könnte dazu führen, dass wir einen größeren, deutlicheren Abverkauf sehen. Sehen wir nicht. Das sehen wir nicht. Wären dann da auch wahrscheinlich eher überrascht. Aber es gibt für uns jetzt keine Punkte, die jetzt da groß drauf einzahlen würden. Ich weiß, dass da viel auch im Internet kursiert, das Angst macht, das wir aber wirklich auch anders bewerten tatsächlich. Nächsten Punkt kann ich gerne nehmen. Guten Abend, haben Sie Silberaktien im Depot, wenn ja, welche? Nein, haben wir aktuell nicht. Wir haben im Max-Ortemalt-Tippel physisches Silber. Das sind circa dreieinhalb Tonnen, die in den Tresoren der lichtensteinischen Landesbank lagern in Badutz. Aber Silberaktien selber haben wir zurzeit nicht. Wenn das Aktiendepot größer als 100.000 Euro ist, aber die Deckung bei der Bank nur bis 100.000, könnte die Bank dann auf das Aktienportfolio zugreifen? Eben nicht. Das ist ja gerade das Charmante. Wir sagen immer, raus aus den Bankbilanzen. Das heißt also, keine Gelder auf Girokonten oder was heißt keine? Nur in einem minimalen Ausmaß, sage ich jetzt mal. Mit Girokonten, mit Sparbüchern, mit Festgeldern. Da sind sie im Haftungsbereich der Bank, was 100.000 Euro übersteigt. Das muss man wissen. Bei Fonds, bei Aktien sind sie im sogenannten Sondervermögen. Das heißt, wenn diese Bank pleite gehen sollte, wo das Sondervermögen hinterlegt ist, würde quasi ein anderer hergehen und dieses Sondervermögen gesondert weiter verwalten. Das ist das Charmante. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Von daher, sie haben effektiven Schutz nur in diesem Bereich. Das andere ist kein Schutz, egal was Ihnen der Banker sagt. Was halten Sie abgesehen von geopolitischen Risiken von JD.com? Um da ganz transparent zu sein. Wir haben uns die Aktie in den letzten Monaten nicht mehr tiefer angeschaut. Wegen der geopolitischen Risiken. Wir haben uns strategisch entschieden, beziehungsweise Professor Otte natürlich als unser Chief Investment Officer, dass wir uns im westlichen Einflussbereich befinden. Das heißt, wir investieren in Europa, wir investieren in den USA, wir investieren auch in Kanada. Schwellenländer sind für uns eigentlich auch schon kein Thema. Und wir haben uns auch, aufgrund der unsicheren politischen Lage, halten wir uns aus China fern und dementsprechend auch von JD.com und sind deshalb auch da jetzt nicht mehr im tieferen Research bei der Firma. Dann hier noch eine Frage. Sehen Sie Chancen im LNG-Bereich? Also das ist quasi Gas, das so transportiert wird, das erstmal gekühlt wird und dann flüssig gemacht wird, sodass es besser transportiert werden kann. Liquid Natural Gas, glaube ich. Liquified Natural Gas. Ja, genau. Und das sind ja große Chancen. Also der Energiehunger weltweit wird zunehmen. Und es ist einfach so, dass die Nachfrage nach bezahlbarer Energie, die wird noch viel mehr ansteigen. Und eine der Antworten wird eben auch LNG sein, also nicht nur isoliert. Im Übrigen sehen wir da eben auch noch weitere Technologien, auch Technologien, die heute womöglich noch gar nicht da sind. Aber das ist sicherlich eine der Möglichkeiten, wie wir das global, auf globaler Basis einigermaßen hinbekommen könnten. Wir sehen große Chancen, ganz klar. Was wir übrigens auch, entschuldige, durch die Investments in Chevron und anderen Energieunternehmen und Aktien natürlich dann auch Rechnungen tragen, ganz klar. Nächste Frage. Oh, die finde ich interessant. Sind Anleihen auch Sondervermögen wie Aktien? Da an dieser Stelle, eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Das ist ein Sachwert. Das heißt, Ihnen gehört, Sie haben 100 Microsoft-Aktien und dann gehören Ihnen 100 kleine Stückchen von Microsoft. Eine Anleihe ist im Endeffekt nichts anderes als ein Kredit. Ein Unternehmen sagt, ich brauche eine Milliarde, ich stückel das in kleine Stückchen und jetzt hole ich mir entsprechend viele Leute, die geben mir dann dieses Geld und dafür gebe ich denen einen Zins. Es ist, wie gesagt, es ist im Endeffekt nur ein Kredit, also es ist kein Sondervermögen. Wenn das Unternehmen hinter der Anleihe zahlungsunfähig ist, dann kriegen Sie keinen Zins und im Zweifel kriegen Sie auch das Anleihengeld nicht zurück. Jetzt nochmal zum Thema Sondervermögen. Haben Sie eine Anleihe in Ihrem Depot und das Unternehmen hinter der Anleihe, da ist alles in Ordnung, aber die Bank, wo Sie Ihr Depot führen, da ist nichts in Ordnung, dann bleiben Sie trotzdem Eigentümer Ihrer Anleihe. Also insoweit ist es Sondervermögen, aber eine Anleihe ist etwas ganz anderes von der Werthaltigkeit, von der Substanz her als eine Aktie. Ja, dann lohnt es sich in Solaraktien einzusteigen, sind ja schon gut gestiegen, sind Sie investiert? Nein, also wir sind nicht investiert und wir sehen da auch eher größere Risiken. Warum? Der Solarpanelmarkt oder Solarmarkt ist auch ein extrem kompetitiver Markt. Also Sie müssen sehen, diese Panels sind teilweise alle auf Norm geschnitten, alle gleich groß und wie kann man sich da unterscheiden? Da geht es natürlich ein bisschen um die Leistung, um die Langlebigkeit, aber da geht es insbesondere um den Preis. Und diesen Preiswettbewerb können nur die allerwenigsten mitgehen. Die meisten, die das einigermaßen hinbekommen, sind in China. Das ist für uns ein Land, wo wir uns eher fernhalten. Die Gründe hatten wir Ihnen genannt. Und deswegen sehen wir in Solar keine Investments. Sehen wir nicht. Genau. Auch bei einem Wertpapierdepot besteht nur eine Sicherung bis 20.000 Euro. Wie bewerten Sie diese Grenze? Diese Grenze wäre mir neu. Bei einem Wertpapierdepot gibt es keine Sicherheitsgrenze oder wenn irgendwas mit der Bank passiert. Es ist, wie gesagt, Sondervermögen. Das ist dasselbe, als würden Sie sagen, Sie sind Vermieter und Ihr Mieter geht pleite. Das wäre dann in dem Fall die Bank. Und dann würde Ihnen die Wohnung nicht mehr gehören. Und so müssen Sie sich das vielleicht vorstellen. Also das wäre mir neu, wenn es da irgendeine Grenze gäbe. Ich habe gelesen, dass Geld auf dem Wertpapierkonto auch zum Sondervermögen gehört. Stimmt das? Das Geld, was auf Ihrem Wertpapierkonto ist, meines Erachtens nicht. Es ist nämlich einfach ein Girokonto und jedes Girokonto um es jetzt mal wirklich völlig überspitzt zu sagen, gehört der Bank. Ist das Wertpapierkonto allerdings Teil des Fondsvermögens? Also wir haben in unseren Fonds, wir führen ja auch Konten bei Banken. Müssen wir ja. Es geht ja nicht anders. Irgendwo müssen wir die Liquidität ja lagern. Und das hat, und in dem Bereich ist natürlich dieses Bankvermögen, was der Fonds führt, das ist natürlich Teil des Sondervermögens. Dann ist hier nochmal eine Frage zum Thema Wasser. Wie sehen Sie das Thema Wasser für die Zukunft? Also wir sehen eine große Zukunft für das Thema Wasser. Aber auch hier bleiben wir eigentlich bei dem Thema Schaufelverkäufer. Das heißt, wir gehen da eher in die Wasserinfrastruktur. Wir halten da ja auch einen Titel, den wir interessant finden. Das ist Geberit. Ist auch im weitesten Sinne ein Wasserthema. Da gibt es noch weitere Unternehmen, ganz, ganz tolle Unternehmen. Hier bitte auch mal Preis und Wert beachten, weil das auch andere Investoren für sich entdeckt haben. ist ein Einstieg. Ja, zwängt sich uns jetzt nicht ständig auf, weil die Preise ambitioniert sind. Aber wenn es da Chancen gibt, würden wir die durchaus nehmen. Bei Geberit haben wir die gesehen, deswegen sind wir da auch investiert. Genau. Ja. Sehr schön. Also gerne auch hier der Hinweis nochmal. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Wir sind hier live, wir beantworten das sehr, sehr gerne. Wir können auch gerne in den Chat nochmal die Links reinsenden. Ja, gerne. Das machen wir auch nochmal. Würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen auf dem Kapitaltag persönlich kennenlernen, weil heute ist es ja digital. Sie sehen uns, wir sehen Sie nicht. Und dann kann man das Ganze mal dann ein bisschen gerechter gestalten im Sinne des Kennenlernens. Das wäre schön. Also die Fragen auch bitte hineinschreiben. Ja, das nützt nichts, die Hand zu heben, sondern das müssen Sie in den F und A-Bereich hineinschreiben. Dann können wir es vorlesen und dann können wir es beantworten. Das klingt doch nach einer Frage für dich. Also, ja genau. Hier, habe ein Depot bei SwissCode. Wie würde Angebot meine Aktie zu verleihen? Was halten Sie davon? Das ist ja eine Aktienleihe. Das hat mit dem Vermieten von den Aktien nichts zu tun. Das ist technisch auch nochmal eine andere Sache. Wir nutzen da andere Techniken und würden da nie die Angebote einer Bank annehmen. Also mit Banken arbeiten wir nicht zusammen, nur in dem Maße, wie es einfach notwendig ist. Das sind die Geschäfte, die wir machen. Das sind Geschäfte immer zwischen zwei Parteien letztendlich, wo niemand dazwischen geschalten ist und das sind die reinen Geschäfte. Value Investing at its best, so wie es Warren Buffett im Übrigen auch macht. Das wissen die wenigsten. Warren Buffett ist auch einer der größten Aktienvermieter der Welt. ist so, ist der Fakt. Die wenigsten wissen das, aber würden nicht das so gestalten, wie es hier in dem Chat jetzt gerade beschrieben wurde. Wir haben eine steuerliche Frage. Wie ist die steuerliche? Seite aus Erträgen Ihrer Lichtensteiner Fonds, auch im Hinblick auf in Deutschland beschränkt Steuerpflichtige. Ganz, ganz großer Disclaimer. Wir sind keine Steuerberater und wir dürfen auch keine Steuerberatung erbringen. Ich kann Ihnen nur grundsätzlich sagen, wenn Sie in Deutschland steuerpflichtig sind, dann sind auch Erträge, die Sie in einem Lichtensteiner Depot führen, ebenfalls steuerpflichtig. Alles weitere bitte mit Ihrem Steuerberater klären. Dann eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist ein Wertpapierdepot? Ist es ein Sondervermögen oder nicht? Wertpapierdepot ist ein Ort, wo Sie Wertpapiere verwahren. Das müssen Sie getrennt machen von Ihrem Girokonto. Sie können da nicht einfach da quasi diese Werte da hineinlegen. Das muss quasi getrennt werden und ist aufgrund dessen dann auch Sondervermögen. Also um es klar zu beantworten, die Frage, ja, ein Wertpapierdepot ist Sondervermögen. Vielleicht, um das noch etwas zu veranschaulichen, wenn Sie zurückschauen in die Zeit, dann wurden Aktien früher auch wirklich ja papierhaft ausgegeben und irgendwo musste das ja verwahrt werden. Und dafür wurden dann diese besonderen Depots, heute sind das natürlich Konten im weiteren Sinne, aber damals waren es dann wirklich Verwahrstellen, wo Sie Ihre Aktie reingelegt haben und das war dann natürlich gesondertes Vermögen von der Bank, weil das war ja Ihre Aktie. Ja, sagen Sie bitte etwas zu Pharma, Novartis und Roche. Also Pharma ist schon ein Spezialgebiet, wie ich meine. Das zeigt auch wieder die jüngsten Aktivitäten. Da hat es jetzt zum Beispiel bei Novo Nordisk eine Übernahme gegeben. Also Novo hat ein Unternehmen gekauft. Da muss man aus meiner Sicht dann schon ziemlich nah an der Sache sein. Pharma ist jetzt nicht unser Steckenpferd. Wir haben auch wenig, also wir persönlich haben überhaupt keine Pharma-Aktien. Da gehen wir lieber dann auf die handfesten Dinge, die wir im Gesundheitsbereich bewerten können. Das ist zum Beispiel die Herzklappe. Das wäre aber beispielsweise, ich gebe Ihnen noch andere Beispiele. Das ist eine Striker aus den Staaten, die nichts anderes machen als die Kniegelenke. Ja, also auch da sehen wir den Bedarf. Bei Pharma-Produkten, bei Pharma-Artikeln ist es so, da haben wir wenig Kenntnisse drüber. Das will ich ganz offen mit Ihnen teilen. Deswegen halten wir uns da im Wesentlichen auch fern. Ja, es sei denn, es drängt sich da was auf. Sehen wir jetzt allerdings nicht. Also die Entwicklungspipelines sind ganz schwer abzuschätzen. Und es verlangt dann auch wirklich tiefer gehendes Spezialwissen. Und das ist in einem kleinen Haus dann manchmal schwierig darzustellen, ohne den entsprechenden Pharma-Analyst. Dann haben wir noch eine Frage für dich, denke ich mal. Die aktuelle Energieversorgung in Deutschland ist ungewiss. Alle anderen Länder setzen auf Atomkraft. Was ist Ihre Meinung zu Investments in Uran, Minen, inklusive weiterer Verarbeitung? Sind wir vor einem sättigenden Anstieg? Oder kräftigen? Müsst du wahrscheinlich saftigen. Saftigen wahrscheinlich. Grundsätzlich, wir sind dem Thema Uran offen gegenüber aufgestellt. Wir sind da aber nicht in Minenbetreiber direkt investiert, sondern Investment im Uran-Bereich stellen wir da über unser Investment in Yellow Cake. Was Yellow Cake macht? Yellow Cake kauft Uran am Markt und lässt das dann lagern bei den Betreibern, bei den Minenbetreibern. Und wenn das Unternehmen der Meinung ist, Uran ist günstig, dann wird Uran gekauft. Und wenn es der Meinung ist, Uran ist teuer, dann wird Uran wiederum verkauft. Grundsätzlich ist das Unternehmen selber, wenn sie sich mal irgendwie die Mühe machen können, wollen, dann werden sie sehen, wenn sie den Preis von Uran und den Preis von Yellow Cake übereinander legen, dass sie dann eine gewisse Trendfolge sehen werden. Das heißt, für uns ist Yellow Cake im Endeffekt so eine Art Tracker auf den Uran-Preis und so nehmen wir oder so partizipieren wir eben an der Entwicklung bei Uran. Genau, ja. Also da vielleicht auch nochmal der Hinweis, gerne jetzt noch die Möglichkeit nutzen, Fragen zu stellen. Wir nutzen, wir nehmen uns da die Zeit, das machen wir sehr gerne. Ansonsten, wenn jetzt aber keine weiteren Fragen mehr reinkommen, würden wir natürlich dann auch Feierabend machen. Wir wollen sie nicht über Gebühr strapazieren, das ist nicht das Ziel. Aber gerne jetzt also auch noch Fragen. Halten Sie 3M in Ihrem Depot? Wir halten es nicht in den Fonds. Was halten Sie von der Aktie? Kann man die Aktie angesichts der guten Dividende übergewichten? Also ich glaube, übergewichten würde ich sie jedenfalls nicht. Aber auch das geht wiederum in den Bereich Ihrer individuellen Präferenzen. Und 3M hatte jetzt in der letzten Zeit auch immer wieder mal Probleme. Also Anlageberatung, wie gesagt, dürfen wir nicht geben. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben es nicht in den Fonds und hätten wir es in den Fonds, würden wir es wahrscheinlich nicht übergewichten. Und da auch vielleicht ein Hinweis, weil die haben eine hohe Dividendenrendite, die wir selbst aber als gefährlich jetzt gerade im Moment ansehen. Also die ist über Gebühr hoch und wir sehen da eher Gefahren, dass die Dividende mal zurückgenommen werden muss tatsächlich, was auch gesünder wäre. Das wäre dann eher das Argument, dass wir uns 3M mal näher anschauen wieder. Aber das ist aktuell aus unserer Sicht auch kein gutes Management, da so hohe Beträge auszuschütten, obwohl man die Gelder eigentlich selber im Unternehmen halten könnte oder müsste sogar. Was halten Sie oder wie sehen Sie Aktien? Cannabis-Aktien ist für uns auch kein Investment-Case. Cannabis, so wie wir es verstehen, gibt es sicherlich einen medizinischen Anwendungsbedarf, gibt es aber auch den Konsumbedarf und das ist letztendlich trotzdem eine schnell wachsende Pflanze ohne USPs letztendlich. Da geht es dann eher wieder darum, wer ist der Veredeler, wenn wir dann von medizinischen Dingen sprechen, da würde ich dann eher dann wieder den Mehrwert sehen, aber eine Cannabis-Aktie, die dann das Ziel hat, Cannabis anzubauen und dann zu verkaufen, das sehen wir nicht. Das ist für uns kein Value-Investment. Wenn, dann könnte man, und auch das ist strittig aus meiner Sicht, eher nochmal darüber nachdenken, wie kann man es weiter veredeln und dann vielleicht daraus, das wäre die einzige Möglichkeit, aber so wäre es für uns kein Value-Investment, sehen wir nicht. Haben wir eine Frage zur Tewa-Aktie, das habe ich jetzt nicht im Scope, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nein, nein, nein. Vielen Dank an die Herren, frohe Ostern. Vielen Dank. Frohe Ostern natürlich an Sie alle auch. Wie sehen Sie den Goldpreis auf die nächsten Jahre und wo würden Sie dies physisch einlagern? In unseren Fonds lagern wir es physisch ein bei der Lichtensteinischen Landesbank in Waduz, liegt das im Tresor. Wie Sie es privat machen, gibt es viele Möglichkeiten, bei sich zu Hause, im Garten vergraben, bei den Nachbarn vergraben, im Wald vergraben, in ein Schließfach bei Ihrer Bank tun. Da sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber in den Fonds haben wir es natürlich sicher verwahrt bei der Lichtensteinischen Landesbank. Und das zahlt auch auf die Frage ein, weil wo sehen Sie den Goldpreis? Also der wird, aus unserer Sicht ist das ziemlich sicher, dass er weiter steigen wird. Genauer, wie es einfach letztlich die letzten Hunderte bis Tausende von Jahren gemacht hat. Was ist Gold? Das kann man auch mal ganz klar sagen. Gold befähigt Sie dazu, ein Vermögen sicher von einem Zeitpunkt zum nächsten zu bringen, mit dem Zusatz, dass Vermögen erhalten wird. Also das ist für uns eine absolute Krisenabsicherung. Deswegen hat es auch ihre Berechtigung in den Fonds. Aber da ist es jetzt eben auch nicht so, dass wir da 50 oder 100 Prozent da drin haben, sondern wir haben einen kleinen Teil da drin als Absicherung, den die Rendite erwirtschaften wird durch unsere Aktieninvestments. Dadurch kommt der Mehrwert für Südzuhause zustande. Moin Moin, ja, Grüße nach Hamburg. Kann ich mit Dollar in den Fonds einsteigen oder geht es nur mit Wechselkurs in Euro? In Dollar geht es leider nicht. Wenn Sie ein Dollar-Konto führen, dann können Sie von diesem sicherlich auch dann den Fonds zeichnen, aber dann wird entweder umgerechnet in Euro oder Franken und also eine Dollar-Zeichnung ist zurzeit nicht möglich. So, dann die nächsten zwei Fragen nehme ich ganz kurz, weil ich da heute zufällig zwei Videos dazu gemacht habe. Also wie sind die Gesamtentwicklung des Aktienmarktes in 2024 durchaus positiv? Also für uns gibt es eigentlich natürlich unter größten Schwankungen da wenig Argumente dafür, dass es jetzt dann nochmal dramatisch zurückgehen könnte. Wie gesagt, Rücksetzer sind immer einzurechnen, das sehen wir dann als Kaufchance. Im Wahljahr hat es wenig Jahre gegeben, wo sich der Aktienmarkt nicht positiv entwickelt hat und jetzt kommt noch ein Detail dazu, nämlich immer dann, wenn die Midterm-Election-Jahre, also das ist in unserem Fall 2022 negativ waren, dann waren in 100% aller Fälle die Wahljahre positiv. Hat natürlich keine Aussage, Statistik funktioniert da anders, aber es wäre doch durchaus überraschend, wenn jetzt das negativ abschließen würde, bitte größere Schocks wie eskalierende Weltkriege zum Beispiel ausgenommen, sowas würde immer einen größeren Schock nach sich ziehen, aber auch das sehen wir jetzt erstmal nicht, passieren kann es und das nächste ist dann die Frage zu Hershey, Hershey haben wir bei uns beispielsweise im IAB auch sehr stark investiert und da ist nämlich eine Entwicklung, die völlig gegen die Aktie eigentlich spricht und das ist nämlich der Kakaopreis, der parabolische Ausmaße annimmt, was mich sehr, sehr positiv gegenüber Hershey einstimmt, denn wenn Sie die Hershey Aktie sehen, sehen Sie, dass sie, obwohl der Kakaopreis seit November parabolisch nach oben gegangen ist, die Aktie es dennoch geschafft hat, wenige Prozente, vielleicht so 5 bis 10 Prozent zu steigen, das in einem Markt, wo der Hauptrohstoff völlig eskaliert, das können Sie nur deswegen so machen, weil Sie es in der Lage sind, diese Rohstoffrisiken total gut abzusichern und zu managen und gleichzeitig auch die Margen zu erhöhen, das heißt, wenn wir hier jetzt mal einige Monate, vielleicht bis zu einem Jahr noch weiterdenken, bin ich mir sehr sicher, dass der Kakaopreis nicht mehr auf diesem Niveau ist und Hershey hat dann aber die Preise angezogen, wird dann wahrscheinlich noch profitabler sein, als sie es jetzt schon sind, sie sind profitabler als Lindt, sie haben Zuwächse, also für uns ist das ein absolut tolles Investment, ich bin davon felsenfest überzeugt, genau. Ja, dann danke für das tolle Webinar, vielen Dank. Sind Sie in den Fonds auch in Immobilien investiert? Nein, überhaupt nicht, also wir sind ganz klare Aktieninvestoren und ich glaube, wir dürften das auf Basis unserer Anlagerichtlinie noch gar nicht. Ja, dann Paypal-Aktie, bei Paypal ist es so, es ist halt letztendlich ist es ein Bezahlungsriese und ein Bezahlungsdino, also sie waren ja eine der ersten, die diese Bezahlplattformen aufgebaut haben, andere Bezahlplattformen gibt es natürlich schon länger wie die Mastercard oder die Kreditkarten wie Mastercard und Visa. So, da kommen jetzt aber neue Spieler ins Feld, die da klammheimlich eigentlich denen was weggenommen haben, das ist Apple Pay, Google Pay und so weiter und nach wie vor gibt es eben sehr viele, die Paypal nutzen, die hatten aber bisher einen Fehler gemacht, die haben da nur auf Volumen geschaut und nicht auf Ertrag, das sagen sie jetzt, dass sie das ändern wollen, das Ergebnis sind sie noch schuldig, wenn das hinhauen würde, dass jetzt eben mehr wieder auf Gewinn und Marge gesetzt wird, dann wäre das eine tolle Einstiegsmöglichkeit, wir waren zuletzt sehr enttäuscht von den Äußerungen des CEOs, also wenn jemand angibt im Social Media die Welt zu verändern und dann quasi nur heiße Luft ist, dann ist das immer sehr schlecht zu bewerten, also die sehen Sie auch bei Warren Buffett, der redet nicht groß um heißen Brei, der macht keine großen Dinge, denen seine Aktie steigt aber, und bei Paypal sehen wir das anders, deswegen ist es immer noch ein zweigeteiltes Ding, sie müssen noch liefern, also Paypal ist da noch einiges schuldig, dann könnte es interessant sein, auch auf die Gefahr hin, dass man nicht die absoluten Tiefs erwischt in der Aktie, aber für mich ist da immer noch einiges schuldig auf Management Seite. Ist Strabag ein Thema bei Ihnen, bei uns aktuell nicht? Kein Thema, genau. Sehen Sie aktuelle Chancen, beziehungsweise recherchieren Sie im Bereich weiterer Rohstoffe wie zum Beispiel Platin, Nickel, Eisenerz, Zinn und so weiter? Ja, das tun wir und ja, wir sind von einem Superzyklus im Bereich der Rohstoffe, gehen wir davon aus, auch wenn das womöglich sich noch länger hinziehen kann, bis da die parabolischen Preisentwicklungen kommen, sind da auch entsprechend schon in unserem Fonds aufgestellt, also ist es Valet aus Brasilien, das finden wir sehr, sehr spannend, es gibt aber auch noch weitere, auch ihr seid ja mit Alphas stark investiert, also das ist ein Thema, das muss man auf den Schirm haben, definitiv. Lohnt sich der Kauf einer Hershey-Aktie jetzt noch? Ich sage mal so, wenn der Preis Ihres Rohstoffes sich verdoppelt hat, Sie aber immer noch Gewinne machen, dann ist das für uns ein wirklich tolles Zeichen, ja, deswegen, ich hoffe, die Frage ist damit eindeutig beantwortet, eine Kaufempfehlung dürfen wir hier nicht geben. Ja, allgemeine Frage, welche Aktien, Sektoren und Branchen sind gut gegen Inflation geeignet? Grundsätzlich immer Unternehmen, die eine gewisse Preissetzungsmacht haben und eine gewisse Marktpräsenz. Einfachstes Beispiel ist da für mich immer Microsoft, praktisch kein Unternehmen kann es sich leisten, auf Microsoft-Produkte zu verzichten. Das heißt, Microsoft kann eben gegen Preissteigerungen gut vorgehen. Selbst Nestle, obwohl die abgesetzten Volumina zurückgegangen sind, konnte Nestle die Preise kräftig erhöhen in den letzten Quartalen. Teilweise von Quartal zu Quartal um bis zu 10%. Das bei Nestle. Produkte sind ja schon sowieso nicht die Discounterpreise gewesen. Deshalb also ganz klar Unternehmen, die einfach eine Preissetzungsmacht haben, die eine gewisse Qualität haben. Apple wäre hier sicherlich auch ein Beispiel, ob das neue High-End-Modell iPhone, ob das jetzt 1200, 13, 14 oder 1500 Dollar kostet. Das würde im Endeffekt die Leute, die es kaufen, die es kaufen wollen, würde es auch nicht abschrecken. Dann haben wir hier natürlich auch noch, das kannst du vielleicht nehmen, gibt es einen? Gibt es bei der LLB einen Mindestbetrag beim Investieren bezüglich der genannten Max-Otto-Fonds? Ja, meines Wissens schon, da kann Ihnen aber auf jeden Fall der Herr Schäferhoff weiterhelfen. Auch da, wie gesagt, max-otto-fonds.de dort unter Kontakt können Sie ihn entweder direkt angreifen, oh Gott, anrufen oder ihm einfach eine Mail schreiben über das Kontaktformular. Sie sehen, wir sind live, weil sowas würde man im Nachhinein rausschneiden. Genau. Also, da Block sich abgewendet hat von europäisch Markt, sollte es doch positiv für die Paypal-Aktie sein. Kann man auch anders sehen, wenn sich ein Konkurrent aus dem Markt rauszieht, warum macht er das? Sieht er da keine Chancen? Zu hohe bürokratische Risiken? Was ist der Hintergrund, warum das Block nicht macht? Ich würde das nicht jetzt unbedingt nur Bullish für die Aktie sehen, da gibt es auch Risiken, die zu sehen sind. Bitte, schauen Sie, Value Investing hat natürlich Preis und Wert, diese zwei Dinge, aber da muss natürlich dann auch was auf der Wertseite sein. Ich würde sagen, Paypal ist gerade günstig, ja, aber die sind noch vieles schuldig, da muss wieder was kommen, da gebe ich lieber, quasi bin ich nicht einer der ersten Investoren, sondern warte, bis sie das wirklich für das Versprechen halten können, dass noch offen ist. Vielen Dank für die guten Infos zu spannenden Themen, frohe Ostern und beste Grüße gehen zurück natürlich, vielen Dank dafür. Genau, auch von unserer Seite, warum steigen die Miedenaktien nicht, obwohl Gold zu stark steigt? Ja, das ist eine interessante Frage, da gibt es zwei Aspekte, die da noch mit reingreifen, das ist einmal der Ölpreis an sich, wenn der Ölpreis etwas erhöht ist, dann erhöht das die Förderkosten und das senkt die Marge, was allerdings auf der anderen Seite wieder aufgefangen wird, wenn der Goldpreis steigt, also insoweit, was das angeht, müssten eigentlich die Miedenaktien mit steigen. Ein weiteres Thema, was wir haben, sind natürlich die gestiegenen Zinsen, das heißt damit auch die höheren Kapitalkosten, auch das senkt die Marge und kann natürlich dann auch wiederum den Wert senken. Ein weiterer Punkt, speziell zu Barrick Gold, da nehme ich jetzt schon die nächste Frage direkt mit vorweg, war, dass die geförderten Mengen unterhalb der Erwartungen waren und deshalb natürlich der Umsatz etwas niedriger ausfiel und damit natürlich dann auch das Ergebnis. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir aktuell sehen, wie sich die Entwicklung vom Goldpreis und vom Aktienpreis des Minenunternehmens, wie sich das aktuell kurzfristig entkoppelt hat. Ich hatte es mir eben nochmal angeschaut, gerade auch mit Barrick Gold und mit Öl und mit dem Goldpreis selber und wir haben über die letzten fünf Jahre hat es immer eine Korrelation gegeben. Ist der Goldpreis gestiegen, ist auch Barrick Gold gestiegen, war Öl besonders günstig und Gold besonders teuer, war das natürlich für Barrick Gold besonders super und jetzt haben wir aktuell die Situation, dass der Ölpreis deutlich unter den Höchstständen von 2022 ist, gleichzeitig haben wir einen sehr hohen Goldpreis und trotzdem ist Barrick noch nicht hinterhergekommen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung Florian hat es eben schon mal angesprochen, also wir gehen davon aus, dass wir bei Rohstoffen auch wieder bei einem großen, bei einem Superzyklus angekommen ist und bis dieses anspringt, scheint es aktuell einfach vom Markt noch verzögert wahrgenommen zu werden. Wir müssen an dieser Stelle jetzt auch die nächsten Quartalszahlen einfach abwarten und da ist es unserer Meinung wäre eine große Überraschung, also dass die Erträge dann deutlich höher sind, als das vielleicht erwartet worden wäre, ist für uns durchaus gegeben. Ich denke, die Antwort wäre dann auch noch fertig. Warum haben Sie Barrick Gold im Portfolio, obwohl der KGV schlechter ist als bei anderen Minenaktien? Wir haben nicht nur Barrick Gold, wir haben auch Newmont Mining noch im Portfolio, das im Endeffekt auch um ein bisschen zu streuen und auch einfach weil Barrick der Industrie Riese einfach ist. Genau und das physische Edelmetall Gold an sich liegt ja auch in den Fonds, von daher denke ich, ist das definitiv gut verteilt. Dann haben wir hier die Frage, ich mag das aktuelle Buch von Max Otte, um für mich Qualitätsaktien zu finden. Was ist eine effiziente Herangehensweise, um die notwendigen Informationen, vor allem im Bereich Management zu bekommen? Also da vielleicht auch nochmal ein Hinweis zu unserem YouTube-Kanal. Da gibt es Formate, wo wir das auch ganz klar erkennen oder ganz klar zeigen, aber eines dieser Fragen hatte ich gerade auch in Bezug auf Paypal genannt. Wenn das Management eben und jetzt übertreibe ich ein kleines bisschen, eigentlich nur von Party zu Party tingelt, von Superyacht zu Superyacht, wenn es Sprüche bringt, ohne zu liefern, dann sind wir davon überhaupt nicht angetan. Gerne suchen wir dann eher Unternehmen, die da sehr konservativ sind, die zurückhaltend sind, die beispielsweise auch große Anteile am Unternehmen selber halten, das ist für uns der ultimative Beweis, das alles und da haben wir wirklich eine ganze Reihe von Indikatoren, die die Bewertung vom Management leichter machen, weil ich gebe zu, die Bewertung des Managements ist eine schwierige Sache, da gibt es aber ganz klar handfeste Kriterien, da bitte auch nochmal gerne dann bei uns auf YouTube schauen. Genau, Lundin Gold sagt mir nichts, kenne ich nicht. Mir ehrlicherweise auch nicht. Und Sanders kenne ich auch nicht, sagt mir auch nichts. Ja, es ist ausgegliedert worden, soweit ich weiß, es ist aber auch wieder Bereich Pharma, wo wir uns aktuell fernhalten, weil auch einfach die nötige Zeit und die nötige Tiefe, um dann wirklich ein gutes, solides Research zu haben, gerade eben in diesem speziellen Bereich Pharma, wo auch viel Fachwissen, viel Sonderwissen, also insbesondere Sonderwissen einfach gefragt ist, deshalb sind wir da wenig aktiv. Ja, genau, würde ich sagen, dass wir dann an der Stelle dann Richtung Feierabend schauen. Ich hoffe sehr, dass Ihnen das Ganze gefallen hat, sind immer noch weit über 100 Menschen dabei, deswegen wirklich nochmal der Hinweis, nutzen Sie die Möglichkeit, da den Vermögenscheck einfach nochmal durchzuführen, du kannst es gerne nochmal in den Chat eingeben, den Link. Einladung auch zum Kapitaltag, es gibt nur noch wenige Karten, habe auch gesehen, dass jetzt bereits wieder welche verkauft wurden, würden wir uns freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen oder für alle tiefer gehen, für alle weiteren Fragen, bitte gehen Sie auf Philipp Schäferhoff zu, der ist da eben auch fachkundig und ich würde sagen, an dieser Stelle an alle Zuschauerinnen und an alle Zuschauer, frohe Ostern, Karfreitag steht vor der Tür, Ostersontag, Ostermontag, das ist die Zeit für die Familie, danach kommt natürlich dann auch wieder die Börse dran, aber jetzt gilt es erstmal ein bisschen abzuschalten, wir machen das auch, oder? Richtig, auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, vielen Dank natürlich auch für Ihre Fragen und frohe Ostertage, genießen Sie die freien Tage und wir sehen uns im April wahrscheinlich oder hoffentlich wieder. Genau, Hinweis dazu, 10.4. kommt diese Senderei wieder, vielen Dank, schöne Ostern, bis zum nächsten Mal, tschau. Tschau.